Ich teste heute, wie sauer meine Teammates werden, wenn ich in Rangliste Moira spiele und sie nicht einmal heal. Let's go. Muss nicht sein. Ich kann natürlich auch jeden anderen Healer spielen, aber bei Moira werden die Leute immer am sauersten. Da werden sie immer richtig sauer. Ich meine, der Soldier und der, ähm, Roadhog können sich selber healen, ne? Da muss ich das gar nicht. Ah, der Freire hat gewechselt. Es wird mir auch, es tut mir selber weh, sowas zu machen, ne? Muss ich sagen. Das Ding ist, ich muss halt auch mal die Heilkugel werfen, um mich selber zu heilen, ne? Weil sonst stirb ich nämlich hier. Oder ich hole einfach die Anna, let's go. Oh, da war gar keiner. Easy. Ja, am meisten, damit. Easy. Ja, du kannst, äh, kannst gerne sagen, dass du Heilung brauchst, also ist mir so egal. Ich flanke die jetzt. Die wissen noch gar nicht, wie denen geschieht. Oh, scheiße. Alles easy. Kann ich den bringen, ja, läsch dich. Die Anna hole ich. Weil ich versuche ja trotzdem, meinem Team zu helfen, ne? Weil ich bin ja DPS. Aber wenn ich später nicht, äh, Gold DPS habe, bin ich sauer. Und Highlight. Highlight muss ich auch haben. Machen sie sogar recht gut allein. Und noch keiner hat sich beschwert. Beschwert sich noch keiner, krass. 700 Heilungen und wir sind fast am Ziel. Let's go. Hä, wie gut. Warum klar? Hä? Was ist das denn? Wollte ich dir eigentlich zeigen, wie scheiße das ist, wenn man sowas macht, aber... Was hat die Fracht einmal wirklich gestoppt so? Nicht wirklich, oder? Ich liebe Reinhardt. Aha. Aha. Fahrrad. Nur das mit hier drin war nix. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Alles easy. Die Kugel hat gar nichts gebraucht. Scheißegal. Ist hier unten was? Äh. Nein. Scheiße. Ach man. Komm schon. My bad, schreibt er. Jawohl. My bad. Ha. Ich muss mich schon mal drauf vorbereiten, wen ich blame. Wen mache ich dumm an, wenn wir verlieren? Ja, da werden sie schon sauer. Da werden sie schon sauer. Das ist irgendein Erfolg, wenn man nur Schaden macht. Vermutlich, oder? Weil ich hilfe ja meinem Team so ultra. Lol, that's slow. So wie denn. Ha. Ja, ich habe meinen, ähm, meinen Jump ein bisschen gewastet. Ja. Das war schlecht. Jump ein bisschen gewastet. Egal, ich habe den nach hinten gepusht. Irgendwie. Machen wir mal so, als wäre das gut, was ich hier mache. Wie viele Heilungen habe ich denn? 900, hä? Ich habe fast 1000 Heilungen. Was beschweren die sich denn? Check ich jetzt nicht, warum die sich beschweren. Alles easy. Alles gut. Ich wollte eigentlich ulten. Oh, ich muss mich jetzt selber mal heilen. Ich hoffe, ich habe keinen Maid mitgeheilt. Das wäre nämlich natürlich doof. Dafür bin ich ja nämlich nicht zuständig. Hätte gedacht, ich sterbe öfter. Ich habe am meisten Damage. Ja, mit natürlich Ausnahme von den Gegnern. Das ist natürlich schade. Du kommst mir nicht davon, Alter. Du kommst mir nicht davon, Kollege. Wieso lebe ich? Ha. Oh, scheiße. Ah. Kommt denn der Reinhard jetzt her? Mann. Moira, what the fuck. William Soldier, hä? Guck mal. Der hat ein Heilfeld. Warum beschwert er sich? Soll er mal heilen, hä? Kannst du genauso gut wie ich. Ja, Kiriko, komm her. Oh, nein. Oh, Alter. Die Lucia-Ult bumst mich jetzt natürlich ein bisschen. Na? 40 Sekunden noch. Das kriege ich mal hin. Äh! Oh, ne Scheiße. So, auf die Ult habe ich jetzt auch echt Minus-Bock. Und auf die auch. Oh, Bob, du Wichser. Alter. Gewinn. Ich glaube, wir gewinnen jetzt Real Talk. Ohne Verlänger. Oh, ich darf nicht zu vorlich sein. Ich hätte einfach mal mein Maul halten sollen. Okay. Guck mal, da haben wir doch schon sauer. Da haben wir doch schon sauer. Das Moira. Ich habe 3.000 Meilen. Kannst du dir nicht ausdenken? Siehst, die werden sauer. Sie werden sauer. A bit more. Aber guck mal, er ist aber gar nicht so sauer. Er schreit, please, a bit more. Oh, Mann. Ich hatte Disconnect. Jetzt bin ich wieder auf 0 Stats. Glaub ich schon. Egal. Wir machen weiter wie zuvor. Ich pushe jetzt auch einfach auf den Punkt, hätte ich gesagt. Moira von denen ist also auch auf den Geschmack gekommen. Ich merke schon. Aber sie kann es nicht. Sie kann es nicht. Ja, wir sind so viel besser. Und jetzt, jetzt bin ich noch dieser typische Moira Main Easy. Oh, die hassen mich so sehr. Aber alle aus der Lobby. Alle. Nee, Digga. Muss echt nicht sein. Also, ich bin noch der Lobby.